Hallo zusammen, heute werde ich diese Schuhe vorstellen. Sky Crossover Nike Blase mit Golden Energy. Ich verstehe dieses Schuss jetzt deutlich der Konstruktion und Überlagung. Also es gibt zwei Zungen und zwei Smoosh logos. Es enthält eine Kombination aus ein paar Blase und ein paar Down-to-Speed High. Vielleicht kann man so sagen. Das gesamte Gewicht der Schuhe ist schwer. Der ganze Schuhkörper besteht aus Kindesleder und ist weich und glatt. Es gibt zwei Zungen. Die äußere Zunge ist das Nike Logo und die innere ist das gemeinsame Logo von Nike und Sky. Ebenso haben Innensäule und Ferse auch das gemeinsame Logo. Diese beiden. Und diesmal ist die Zunge etwas Besonderes. Wir können deutlich sehen, dass hier nicht ein gewinkeltes Stimm genommen wird. So kann man das Material innen sehen. Es ist schwarm und sehr weich. Und das Swoosh Logo daneben ist voll. Und die Nette an der Überlagung dieser zwei Logos sind ebenfalls authentisch und gleichmäßig. An der Seite dieses Schuhs wird synthetische Gummi mit unregelmäßigen Muskeln verwendet. Und an der Ferse werden fünf Schüchte Gummi verwendet. Ähnlich wie das Hasenfeld, wodurch er insgesamt über lange Spiel deutlich wird. Und die Sohle ist mit gelber Ohr-Kautschuh relativ einfach. Ja, das war es. Und wenn du an diesen Schuh interessiert bist, kontaktieren uns so schnell wie möglich. Oder schau dir unser Fotoalbum nach, um weitere Produkte zu finden. Das war es. Mach's gut und ciao.